Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, meine Lidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlid Heute möchte ich, dass du, 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 weil du mitarbeitest. Und in dem heutigen Video habe ich einen kleinen Horror für euch. Wie immer. Also lehn dich, lehn dich, lehn dich, lehn dich zurück und relax, relax, relax. Don't forget to hit, 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 hit that subscribe button. Und schaut auch gerne, gerne mal in der Infobox vorbei von meinen sozialen Medien wie Instagram oder auch Patreon, Onlyfans. Ich bin dort wirklich sehr, sehr aktiv, vor allem auf Patreon, Patreon, Patreon. Dort habe ich meinen eigenen kleinen Shop mit sehr, sehr exklusiven Videos. Also schaut gerne mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, let's get, 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 get started. Ich zeige euch heute einfach mal meinen kleinen Einkauf. Kleines ja nicht, aber es ist ein bunter Mix. Ich war im Lidl und im Action und ich habe hier eine große Tüte stehen. Ich greife einfach mal rein, mal sehen, was ich als erstes herausziehe. Hat jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Aber ich hoffe, das Video wird euch gut gucken. Ich muss mal schauen, ob das alles in ein Video passt. Denn ich will immer nicht, dass die Videos zu lang werden. Deshalb vielleicht wird es ein Teil 2 geben. Mal schauen. Okay, aber jetzt beginnen wir mit dem ersten. Und zwar ist das dieser Folienluftballon. Folien, 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 Folienluftballon. Und zwar die ganzen Sachen, die ich hier gekauft habe, die sind alle für meinen Geburtstag. Der ist übermorgen. Wenn ihr das Video seht, ist der allerdings schon vorbei. Das Video wird erst im August online kommen. Aber ja, also falls ihr euch wundert, warum ich so etwas kaufe mit Happy, Happy, Happy Birthday. Ich habe in meiner Infobox ganz, ganz oben auch meine Amazon-Geburtstaste verlinkt. Falls ihr da Lust habt, mal vorbeizuschauen, ich mache da auch ein Unboxing-Video mit meinen Geburtstagsgeschenken. Und, jo, da flüstere ich auch eure Namen und eure kleinen Notizen, die man bei diesen Geschenken hinterlassen kann. Ja, nur willst du das, dass das dann... Ich werde heute vielleicht mal etwas ausführlichere Sounds mit den Gegenständen machen, sodass der Fokus heute etwas mehr auf den Geräuschen liegt. Oh, das ist auch ein gutes Digi-Depping. Gar nicht schlecht. Ich habe das Gain ein klein wenig runtergeschraubt heute, denn meine Nachbarn sind leider sehr, sehr laut. Und die sind halt direkt hinter dieser Wand. Deswegen hört man das, wenn ich das Gain sehr weit aufgedreht habe. Also, sorry, weil sie entbögt, wenn ich das motorisch hört. Aber ich brauche ja die ganzen Sachen dann auch alle übermorgen, beziehungsweise baue ich das morgen auf. Jedenfalls solche Sachen wie den Luftballon hier. Und sonst hätte ich die Snow nicht mehr drehen können, wollte ich aber gerne. Irgendwie macht das hier meinen deutschen Kanal ja aus, denn es sind ja wirklich meistens Nulls. Falls ihr aber mal Lust habt und irgendwelche anderen Videos habt, irgendetwas Bestimmtes, schreibt es mir gerne, gerne mal in die Kommentare. Ich bin dann immer offen für neue Video-Ideen. Happy, happy birthday. Okay, ich glaube, das war lang genug für das Erste. Weiter geht's mit ein bisschen Crinkle Sounds. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Und zwar habe ich das mitgenommen, das habe ich auch in Action gefunden. Ich kenne die Marke Dreck nicht. Aber das ist so ein Pizzamix mit so Brezeln und diese kleinen Dinger hier, da bin ich auch mal relativ gespannt. Die schmecken bestimmt gut. Und ja, das ist im Endeffekt einfach so ein Party-Snack, was ich dann abends mit auf dem Tisch stelle. Kommt bestimmt gut an. Und ich habe jetzt leider keine Preise, weil ich den Kassenzettel schon weggeschmissen habe. Aber das war mir bald nicht teuer. Ich bin ja ein sehr, sehr, sehr großer Fan von diesen Crinkle Sounds. Ich mag die richtig, richtig gerne. Meine Haare sind heute leider nicht so one-point, I'm sorry. Muss ich erst mal sehen, was ich nachher noch mit denen mache. Das hört sich richtig gut an. Also ich jedenfalls. Ja, davon habe ich natürlich auch zwei Stücke gebraucht. Weiter geht's mit diesem kleinen Raum-Diffuser, Perfume-Diffuser. Wie auch immer man es nennen möchte. Ich habe die gekauft, um die einfach mit auf den Tisch zu stellen oder in die Ecke. Ich feiere meinen Geburtstag bei uns im Partyraum. Der ist relativ groß. Und ja, Lavender ist ein sehr, ich mag den Lavendergeruch sehr, sehr gerne. Und die sind wirklich nur ganz klein, wie ihr das seht, total süß. Die sind aus dem Wäckchen. Und deshalb habe ich davon auch, ich glaube, zwei Stücke. Das eine kommt in die Ecke vom Raum und das andere in die andere Ecke, oder eventuell auch draus nennen. Obwohl es sehr wahrscheinlich dann nicht nur so viel bringt. Und das ist auch sehr, sehr günstig. Es hat 1,49 Euro oder so viel was halt. Die sehen ganz hübsch aus. Deswegen dachte ich mir, gleichzeitig auch ein bisschen Deko. Ich rieche es sogar schon hinten, aber ich habe es nicht wirklich gut. Aber halt auch nicht. Das ist krass. Das mag ich nämlich auch nicht. Darum kommt mir sonst nochmal komm im Ernst. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Warte hin, was habe ich denn noch? Noch mehr Cranker, oder? Sonst sind noch Ballons. Tatsächlich sind da nur zwölf Stück drin. Aber wir haben auch nur, glaube ich, 69 Cent gekostet. Und ich dachte mir, ich habe nämlich gar keine, einfach um sie ein bisschen mit hinzuhängen oder mit einzulegen. Ansonsten hätte ich nämlich gar keine Happy Birthday Deko gehabt oder irgendwie sowas. Deswegen, naja, dachte ich mir. Okay, ganz kurz. Party. Party. Party time. Party. Partye. Party. 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 Happy. 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 Happy birthday Party time. Okay. Oh, kom уд indigenous. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ein bisschen müde heute, weil ich heute sehr früh aufgestanden bin. Es tut mir leid, dass die ganze Zeit in meinen Haaren rumfummert, aber was ist das? Morgen muss ich dann noch auf meinen anderen Geburtstag bei meinem Baden-Kind. 12 oder 11. Oh Gott, ich weiß gar nicht genau. Naja, in dem Fall, da kann man sich das irgendwie noch nicht so gut merken. Achja, wir haben das zweite Lavendel-Ding. Dann habe ich die gegürfte, diesen aus dem Action. Die werde ich vor allem draußen auf die Stehtische stellen, weil, oh, die riechen auch so gut. Wenn ihr das so gut erst riechen könntet, das ist dieses Zitronella. Das sind jetzt 24 Stücke, plus minus vier Stunden ungefähr. Die sind gegen Mücken. Also, wenn man die alle so anmacht oder ein paar davon dann. Sollten im besten Fall keine Mücken kommen, denn ich glaube, die mögen halt diesen Geruch nicht so gerne. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt aktuell noch aus meinem Italien-Urlaub so viele Möckenstiche. Das glaubt ihr nicht. Schrecklich. Wirklich, wirklich, schrecklich. Die Katastrophe mit meinen Haaren. Hört sich eigentlich ganz gut an, oder? Ich brauche es. Okay, aber jetzt machen wir weiter. Okay, das ist vielleicht ein bisschen unspektakulär. Macht das überhaupt gute Sounds? Ich weiß gar nicht. Aber mit Essen spielt man natürlich nicht, Leute. Ja, der Sound überzeugt mich jetzt nicht so krass. Deshalb machen wir einfach mal weiter. Weiter, 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 weiter. Ich habe die gekauft. Das sind einfach so, ja, keine Ahnung, so mini Tischdeco. Ich habe die als Tischdeco gekauft. Ich werde sie auf die Stehtisch einfach draufstellen. Sieht eigentlich ganz niedlich aus und das ist wirklich klein. Weil was willst du sonst so, so irgendwie so komplett leer sehen die Tische auch blöd aus. Deswegen dachte ich, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Okay. 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 Ich glaube, das hört ziemlich gut an. Davon habe ich natürlich auch mehrere gekauft, weil eins hätte ich sonst auch nicht so viel weitergebracht. Ja, aber dann habe ich mal wieder Strohhalme mitgebracht. Ich habe nämlich keine mehr. Das sind halt leider auch nur diese ekligen aus Papier, aber es gibt ja sowieso keine anderen mehr. Und dann bin ich wenigstens überhaupt ein paar aber auch für so Getränke wie Lili oder noch einige malen Strohhalmen nutzen. Also, da habe ich jetzt noch viel mehr sein. Das steht in der Hölle-Anhöte, aber das ist eigentlich auch so. Okay. 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 Also, das ist auch ein액chen. Oh. No. Ich habe natürlich auch noch Getränke gekauft, aber die habe ich schon unten im Keller stehen. Die wollte ich jetzt nicht unbedingt hier in mein Zimmer schlafen und die zeigen. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sind ja schon bei fast 20 Minuten. Das reicht für das erste Video. Ich mache dann einfach noch einen Teil 2, also schaut da auch gerne mal vorbei. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne, gerne einen Daumen hoch, damit du es möchtest und abonniere diesen Kanal nicht vergessen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns ganz, 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 ganz bald wieder. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.